Norddeutscher Rundfunk 2021 3, 2, 1, los! Ich bin ein Star! Und bin ich hier raus! Die 5. Staffel des Dschungels war legendär. 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 Mein Erbo ist vorbei. Ich liebe sie. Hallo, ich bin Dr. Heiner Molch. Auch die ich überhaupt nicht kannte. Sex Attraction. Oh, er leckt mir am Arsch, ey. Chase Popo ist schon recht knackig. Was ist da los? Ich fange Strauß mit Lasso. Kommt gleich die Spaßpolizei. Es ist Sarah. Und Sarah. What happens when we break? Sarah, möchtest du zu dieser Dschungelprüfung antreten? Nein, ich möchte diese Dschungelprüfung ablehnen. Sarah. Alles klar. Ich bin ganz dauer. Ich bin ganz dauer. Ich bin ganz dauer. Ihr seid es beide. Ich bin schockt in mein Herz. Neue. Okay. Auch wieder die Sarah. Habe ich mir gedacht. Ich habe die schwereste Dschungelprüfung gehabt von allen. Es ist Sarah. Ja. Von allen, die jetzt noch kommen. Was soll ich machen? Ich bin hier im Dschungel. Ich bin die Sarah Kay. Was wollt ihr alle von mir? Ich sag ho hey. Ich finde sie toll. Ja? Süß. Wenn wir uns küssen, dann will ich nicht, dass es jemand sieht. Oh, 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 oh. Ich habe die Liebesszene mit Jay abgelehnt. Verstehst du? Diese gefakte Liebesgeschichte habe ich auch nicht verstanden. Rivalität. Das finde ich so göttlich. Ich sage jetzt einfach mal die Wahrheit. Der Jay war vor der ganzen Show bei mir zu Hause und hat mir vorgeschlagen, wie Katie Price und Peter Andrew eine Liebesgeschichte zu spielen. Bullshit! Du bist eine elende Lügnerin. Gab es so ein Treffen, gab es so ein Vorgespräch? Hast du ihr vorgeschlagen, hier eine Liebesgeschichte zu inszenieren? Absolut nein. Absolut anders hat sich Jay vier Jahre später in einem Interview angehört. Fakt ist, ich war aber hier zu Hause. Absolut nein. Du bist ein ganz kranker Mensch. Jay, du hast eine Hollywood-Rolle verdient. Du bist schwer krank. Fakt ist, im Flachs habe ich das Thema angeschnitten. Dazu stehe ich. Sie ist die Lügnerin. Richtig. Punkt aus Ende. Feuer! Dass du noch ruhig schlafen kannst. Sie schwächt die Gruppe. Sarah hat uns sehr viel Energie geraubt. Für mich ist das Thema Sarah durch. Auch mich zu Bett zu schubsen. Was soll das? Du reißt. Du reißt komplett. Entweder Sarah bleibt im Camp und wir kommen nicht wieder ins Camp. Oder umgekehrt. Du bist sehr gefährlich. Unser Problem bist du. Geh weg! Bitte, 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 bitte. Verlass uns, Sarah, bitte. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Ich kämpfe für das Ernstchen. Ich kämpfe für das Ernstchen. The show must go on, wa? Die Dschungelmajestät ist... Pär! Jawoll! Eure Majestät! König des Dschungels! Pär! Der Erste!